Hi, ich bin der Louis und in diesem Tutorial möchte ich euch erklären, was ein QR-Diffusor ist. Zunächst stellt sich natürlich die Frage, was Diffusion überhaupt bedeutet. Diffusion ist eine Form der Reflexion. Das heißt, Schallwellen treffen auf einen Gegenstand auf und werden dann im gleichen Winkel, in dem sie einfallen, auch wieder reflektiert. Das nennt sich dann Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Wenn man allerdings einen Diffusor hat, dann werden Schallwellen je nach Frequenz unterschiedlich reflektiert. Dadurch entsteht sozusagen ein Reflexionschaos und dieses Reflexionschaos nennt man dann Diffusion bzw. auch Diffusität. Aber wieso sollte man so etwas eigentlich brauchen? Was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Diffusoren Flatterechos eliminieren können. Außerdem entsteht ein besonderer, charakteristischer Klang. Wie man den beschreiben kann, ist immer etwas schwierig. Viele Leute sagen, er wäre dann homogener oder ausgewogener. Letztendlich muss man den Unterschied aber eigentlich mal gehört haben. Dafür haben wir auf unserer Homepage auch Hörbeispiele vorbereitet. Da könnt ihr euch gerne mal informieren, wie das Ganze dann klingen kann. Fakt ist, dass es verschiedene Arten von Diffusoren gibt. Es gibt unter anderem 1D oder auch 2D Diffusoren. Diese können auch als QRD gebaut werden. QRD steht für Quadratic Residue Diffusor. Übersetzen kann man das als quadratischer Restwertdiffusor. Das Ganze ist einfach eine mathematische Formel. Um die Tiefen der Fächer zu bestimmen, führt man eine sogenannte Modulorechnung durch. Für diese Berechnung wird zunächst eine Primzahl bestimmt. Aus der Berechnung ergeben sich dann zum Beispiel bei der Primzahl 7 acht Fächer. Bei der Primzahl 11 wären es dann 12 Fächer. Deshalb nennt man Diffusoren, die zum Beispiel acht Fächer haben, einen 7 plus 1 Diffusor oder wenn sie 12 Fächer haben, einen 11 plus 1 Diffusor. Das Besondere an diesen Diffusoren ist, dass man die untere und die obere Grenzfrequenz berechnen kann. In unserem Fall haben wir hier einen 11 plus 1 Diffusor. Dieser setzt sich aus vier einzelnen Diffusoren zusammen, die so gedreht werden, dass letztendlich ein QR-Diffusor entsteht. Die untere Grenzfrequenz beträgt 700 Hertz und die obere 2,2 Kilohertz. Wie man sehen kann, ergibt sich hier ein punktsymmetrisches Muster. Daher kriegen wir auch ein symmetrisches Reflexionsmuster und der Schall wird gleichmäßig im Raum verteilt. Das ist quasi der Unterschied zwischen einem QR-Diffusor und einem normalen Diffusor. Wir werden häufig gefragt, wie viele Diffusoren denn in einem Raum verbaut werden müssen. Das hängt von mehreren Faktoren ab. Da wäre zum Beispiel die Nutzung des Raumes. In Aufnahmeräumen für Schlagzeugaufnahmen wird man normalerweise etwas mehr Diffusoren verwenden. Hier will man einen lebendigen Raumklang erzeugen, um auch Raummikrofonierungen einfach schön klingen zu lassen. In Regieräumen dagegen werden normalerweise etwas weniger Diffusoren verwendet. Hier braucht man vor allem einen trockenen, direkten Raumklang, um auch im Mixingprozess Räumlichkeiten besser beurteilen zu können. In kleinen Regieräumen allerdings kann es auch sinnvoll sein, dass man viele Diffusoren verwendet. Dadurch kann der Raum einfach etwas größer klingen. Im Grunde ist es aber immer eine Geschmacksfrage und über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns bis bald bei HOFA. Wir sehen uns bei diesem Video,CO auf die Hälfte des Raumes und foundsitzen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr da wasätter, die da bei Hofer der sisoren wischen. Bis bald.